hier sind wir bei der nächsten folge die folge 28 von minecraft alone und ja heute wollen wir jetzt gar nicht mehr so viel zeit hier verschwenden wie ich gestern ja schon angekündigt habe will ich mich heute komplett dem bergbau weiter widmen da wir ein bisschen was aufholen müssen aber wir haben ja die coole höhle entdeckt und in der höhle werde ich mich jetzt etwas weiter bewegen da mir gestern schon ein bisschen eisen rausgeholt und ja damit werde ich dann auch weiter machen ich werde jetzt hier immer mal so in die wände so ein paar löcher reinhauen vielleicht findet man ja hier noch irgendwas schön wär's aber wir könnten uns jetzt natürlich auch hauptsächlich erst mal darauf konzentrieren und das offensichtliche abbauen ist immer so fies wenn ich dieses blubbern der lava höre und nach unten mich arbeite habe ich immer so ein kleines bisschen schiss seht ihr zu recht habe ich schiss da drüben geht es nämlich wieder hoch ich höre zombies heute sie auch ursach na lieber zombie traue dich zu mir wo auch immer du bist so wie gesagt ich hole jetzt erstmal so das ganz offensichtliche hier raus was wir auf jeden fall ganz einfach abbauen können das nehmen wir jetzt erstmal mit so dann kommen wir uns hier mal in die wand rein das ist jetzt einfach das ist hier echt ein krasses gebiet was wir hier haben da ist ein riesengroßer lavasee wow also das hier ist ein riesengroßer höhengebilde was wir hier entdeckt haben ja jetzt müssen wir mal gucken wie geht es denn jetzt hier eigentlich so weiter ich höre nur zombies im hintergrund so das heißt hier drunter ist auch alles voll mit der lava und jetzt bewaffne ich mich erst noch mal wow zombie zombie da war er da kommt der nächste zombie ich sehe ihn schon sind wir da in der nähe eines monster spawners wow fuck ist das hier riesig da ist gelett ich habe hier ein bisschen angst ganz ehrlich weil es ist hier ja die chance sich zu verlaufen die ist halt so krass da habe ich echt ein bisschen schiss da habe ich echt ein bisschen schiss hier aber da müssen wir jetzt erstmal durch das ist mein gold mein gold meins das lasse ich mir nicht von lava wegnehmen so und das baue ich mir jetzt oh ne das war falsch so das baue ich mir nämlich jetzt alles hier zu so und ich hoffe dass jetzt mir keine überraschung ist doch es ist da unten drunter natürlich lava wie soll das anders sein ähm also bauen wir uns das jetzt hier wieder zu so die lava nehmen wir natürlich lassen wir hier gegen die habe ich nichts die darf da auch weiter runter laufen weil die lava mir halt in dem sinne ja hier kostenloses licht macht dafür muss ich keine fackeln äh machen und opfern von daher wäre ich ja doof wenn ich das jetzt hier ändern würde da haben wir nochmal gold da ist der nächste schacht der sich hier auftut boah wie sieht es hier hinten aus ach ne hier waren wir ja auch schon ach okay jetzt sind wir wieder hier drüben ja boah also hier ist einiges äh los ja aber da müssen wir jetzt durch denn ich bin auf der suche eigentlich noch nach äh diamant das ist noch so mein primäres ziel was ich habe so da ist redstone da hinten komm wir gehen jetzt nochmal hier hinten rein da ist auch alles düster uh hier hinten ist ende oder ja hier hinten ist ende deswegen kann ich jetzt hier hingehen und kann mich jetzt hier erstmal in die wand reingraben ich höre wasser wasser ist immer ganz angenehm weil wasser tut nicht weh wasser bringt sein nicht um und vernichtet die komplette ausbeute einer kompletten folge so gucken jetzt gehen wir hier nochmal hinter da ist nichts in diese richtung geht es weiter mit eisen das nehmen wir natürlich mit wir kommen irgendwie dem wasser immer näher aber hier ist noch ein haufen eisen drin müssen wir aufpassen nicht höre ich da auch noch so ein leichtes blubbern von lava ich kann es gerade nicht so hundertprozentig ausmachen da ist auch nichts mehr drin das sieht jetzt leer aus der schacht dürfte leer geräumt sein da ist auch nichts mehr gehen wir hier ne da ist auch nichts so dann haben wir hier auch das gröbste erstmal rausgeholt ja jetzt müssen wir uns irgendwie unseren weg ein bisschen sichern wo geht es denn hier hinten genau da ist holen wir uns jetzt erstmal hier alles raus also kohle mangelt uns jetzt echt nicht mehr davon sind wir jetzt echt gut damit sind wir echt gut ausgestattet da ist wieder eisen also das ist sehr eisenlastig natürlich ist eisen für uns sehr praktisch weil ich bekomme so irgendwie meine eisenschienen und wir können vielleicht endlich hingehen und können uns eine schientrasse hier runter in die mine bauen und eine schientrasse die von insel zu insel geht das war ja die ganze zeit schon so ein bisschen mein ziel so irgendwoher ist schon wieder zombie so also gehen wir jetzt hier runter und sammeln noch das eine was wir jetzt fallen gelassen haben und futtern erstmal was so gut hier drüben ist der Lavasee drüben ist eisen gut das eisen ist jetzt nicht so wichtig dass ich mich dafür jetzt so gesehen opfern möchte so dann gehen wir jetzt erstmal hier weiter hoch gehen jetzt erstmal nur auf Erkundung um zu gucken was ist denn hier oben boah fuck ist dieses Höhlenkonstrukt riesig ey leck mich doch am Arsch hmm ja wir nehmen jetzt das eisen hier auch direkt mit halt die amante wäre nochmal echt schön also oh da fällt alles runter da ist nichts mehr da haben wir der Lapis lapzuli und eisen ohne ende ja das sieht dann auch gut aus jetzt hacken wir uns hier nochmal in die Mauer rein sieht nicht nach Diamant aus das war auch schon alles abgegrast da haben wir noch eisen das holen wir uns natürlich noch ok in diese Richtung ist nichts mehr hier irgendwo noch eisen ne dann buddeln wir uns hier mal rein auch nichts zu finden so dann machen wir uns jetzt wieder hier hoch da hat sich noch eisen drin versteckt das muss mit ich glaube wir können da wirklich hartkommend sich da hingehen und können uns eisen schienen bauen und wo geht es denn hier hin das sieht doch auch gut aus ich muss hier auch wieder rauskommen das ist mein Problem Gold Eisen massig was nicht da ist ist Diamant das ist ein Skelett das hat uns jetzt direkt noch nicht gesehen aber wo ist es hin hä wo ist das Skelett hin da ist es da war es besser gesagt so ja dann gehen wir jetzt erstmal hin und holen uns hier die restliche Kohle noch raus hm wo geht es denn ach genau da drüben haben wir schon alles abgegrast da ist auch nichts mehr dann haben wir hier nur noch den Redstone der uns wieder unser Leben kosten kann deswegen scheiße ich auf diesen Redstone der kann mich mal hm nein den hole ich da nicht raus da kann jemand anders machen ich mach es nicht so hier stellen wir sich jetzt halt mal eine Fackel rein so wo haben wir denn jetzt noch irgendwas wir haben die ganze jetzt eigentlich gut durch ne äh nee so jetzt gehen wir hier einfach nochmal links in die Wände rein links rechts gucken vielleicht haben wir ja durch einen Zufall Glück und erwischen mal irgendwas was uns hilfreich wäre aber das sieht nicht danach aus ne ne ich glaube mit Diamant sieht es jetzt hier echt schlecht aus da ist nichts so gehen wir mal hier und hacken uns einfach mal da in die Wand rein ne da ist auch nichts hier hinten in die Wand rein auch nichts da liegt noch ein Pfeil rum machen wir uns hier mal schnell einen Durchbruch rüber jetzt sind wir wieder hier oben das haben wir jetzt hier da haben wir Zombie höre ich das wird sein dass der hier drüben ist da drüben sieht es nämlich auch aus als würde da jo da ist Zombie da geht es auch mit der Höhle weiter das heißt wir graben uns jetzt dann erstmal darüber machen da mal so ein ich glaube der ist jetzt voll in die Lava gefallen der Zombie oder ich weiß es gar nicht hier sieht es gefährlich aus Creeper hat er uns gesehen ja er hat uns gesehen der scheiß Creeper Deckung also schnell weg komm boah das ist so gefährlich mit der scheiß Lava da unten dann gehe ich lieber nochmal auf Nummer sicher ja das mache ich jetzt auch ich gehe jetzt allgemein auf Nummer sicher und muss jetzt erstmal unseren Ausgang wieder hier finden wie wir hier rauskommen aus dem ganzen Höhlenkonstrukt boah ich glaube das ging hier rum an der fiesen Lava vorbei hier rum da rum hier rum Lärum Löffelstiel wo war der Ausgang da ist der Ausgang so also gehen wir jetzt erstmal und ne es ging hier rum raus ich bin manchmal echt gewillt einfach mir nach Schildern zu bauen mit Pfeilen wo einfach auf dem Schild dann der Pfeil drauf ist wie ich wieder zum Ausgang komme weil mir ist das schon öfters passiert dass ich mich gerade in solchen Höhlen in solchen riesengroßen Höhlen so massiv verlaufen habe so folgt uns irgendwas das folgt nichts so also Abfall 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 so der Ofen hier ist ruhig das gefällt mir gar nicht du musst weitermachen Gold bitte auch in die Produktion so damit sind die Öfen mit Kohle gefüllt ach hier ist ja auch noch Abfall Abfall dann haben wir was nehmen wir denn hier das Lappes Lazuli Schwarzpulver packen wir mit rüber Schwarzpulver haben wir hier drüben genau Pfeile haben wir hier drüben Zombiegehende braucht kein Mensch das ist ein Abfallprodukt mit den Knochen machen wir schnell noch Knochenmehl das packen uns auch noch mit hier rein so dann sind wir jetzt dann hole ich jetzt hier aus der Kiste nochmal schnell das Eisen raus und das ist dann der nächste Stack so bitteschön so Eisen haben wir wirklich jetzt eine ganze Menge und wenn ich jetzt hingehe weil wir haben ja hier Holz ich mach das jetzt nur so und jetzt hole ich mich hier ne schon den großen Stack den brauchen wir jetzt haben wir Schienen ohne Ende das kommt wieder hier rein das Eisen kommt da rein und mit den Schienen bauen wir uns jetzt theoretisch kann ich mich schon direkt bis nach oben hin durchbauen cool das funktioniert schon und dann machen wir dann arbeiten wir uns jetzt hier unten einen großen Güterbahnhof hinten dazu graben wir das jetzt alles hier mal weg ach hier wird es hier die Folge schon wieder so gut und hier runter geht dann das da unten das Loch braucht eigentlich kein Mensch mehr ne das ist seht ihr vielleicht genauso ich finde es einfach nur lästig dass es da ist weil auf der Höhe produzieren wir eh nichts mehr das heißt wir können das eigentlich hier so zumachen und machen dafür hier unseren Bahnhof etwas größer so das ist gibt jetzt hier der große Bahnhof der natürlich drei Blöcke hoch wird und wir den hier zu machen so dann ist das hier unser lieber Bahnhof der muss dann hier noch ein bisschen größer werden hier kommt dann eine Kiste hin wo die Lohren dann geparkt werden und alles gut so groß muss er jetzt eigentlich nicht werden wie ich das jetzt hier gerade antrage aber ist egal soll ja auch optisch gut aussehen die Untertage so dann ist das hier da so und dann geht es dann mit der Schiene komplett bis nach oben und da müssen wir dann gucken dass wir Antriebs ne Beschleunigungsschienen irgendwo noch dazwischen bauen aber das machen wir in der nächsten Folge nächsten Eisen haben wir genug Schienen habe ich jetzt auch also das reicht locker bis nach oben dann würde ich sagen gehen wir dann hin und bauen uns ja das Schienensystem nach oben in der nächsten Folge also nächste Folge sind wir gespannt ihr hängen sie gleich hinten dran würde ich sagen okay ja in diesem Sinne vielen Dank fürs Zugucken ne Däumchen nach oben wie sagt LeFloid Däumchen wäre ein Träumchen ähm ja vergesst nicht zu abonnieren teilen kommentieren äh in diesem Sinne euer Captain ist raus macht's schön gut